hallo und willkommen zu einem neuen react auf dem kanal heute schauen wir uns von mango das video an wie deutschland a slash place immer veränderte und es geht 51 minuten ich denke mir what the fuck und wenn ich mir auch denke ich mache ganz kurz noch mein fenster auf so jetzt kann es gleich losgehen a slash place das müsst ihr kennen da habe ich auch im podcast schon drüber geredet ich war auch ich habe auch ein bisschen mitgemacht ein bisschen mit gepixelt wenn man schauen ob da wo ich dabei war ein bisschen im video vorkommt und ich sehe gerade warum so besser muss ich ein bisschen vorhanden zu machen ja glaube müssen wir jetzt nicht lange hier weiter mit dem heißen brei herumreden ich hoffe es funktioniert gleich mit dem ton es ist der 19 juli 2023 in deutschland und im internet wir befinden uns mitten in einer hitzewelle die das betreiben eines gamingpcs im eigenen zimmer zu einer lebensgefahr macht das ist so schlimm im sommer ich hasse es abgrundtief du kannst nichts machen vor allem wenn du wenn ich dann rendere fängt der pc fast das schmelzen an es ist so schlimm das hilft auch nichts wenn ich das fenster aufmache oder so es ist einfach abgrundtief scheiße der sommer ich hasse ihn wenigstens hat mir jetzt gutes wetter jetzt ein paar tage größte sensation in der digitalen welt ist das fortlaufende sich selbst auseinandernehmen der plattform twitter und in den tiefen einiger foren machen sich immer noch leute über irgend so ein u-boot lustig und inmitten einer lethargischen gesamtstimmung quillte aus dem nichts zwischen wasser eis und vogelgezwitsch auf scheiße ich habe vergessen meinen pixel zu setzen psychosen andy glaubt arz sprays 2022 läuft immer noch du anst swambo goofy das reddit dieser post hier hervor ein video mit der überschrift better late than never r slash place ein datum der 20 juli morgen und plötzlich ging es alles was so krank zwei jahre zuvor hatte man bereits tausende deutsche versammelt um in der 2022 version von r slash place alle fünf minuten ein pixel für die schwarz rot goldene flagge zu setzen und auch diesmal sollte es nicht anders sein in ganz deutschland läutete man die alarmglocken subreddits twitter communitys und streamer wurden mobilisiert um sich vorzubereiten doch dass dieses jahr es war auch so inszenen ich habe auch paar leute angeschrieben wir waren dann so eine kleine gruppe und wir haben damit gepfixelt und hatten spaß das war die hauptsache alles etwas anders werden sollte ausgelöst durch eben genau diese reaktion konnte noch niemand ahnen 24 stunden nach diesem announcement folgte fast eine ganze woche bis oben hin gefüllt mit immensen emotionen zusammenhalt und zertrennung geschichten die im vergleich zum letzten jahr untergingen und geschichten die sich für immer im internet verewigen werden und das hier ist die geschichte davon wie deutschland als place für immer veränderte auch hier wieder ein disclaimer wenn ihr mit us place an sich nichts anfangen könnt empfiehlt es sich sehr zuerst dieses video anzugucken habe ich schon rechts einfach und auch hier gilt dass selbe prinzip vom letzten jahr bitte verwechselt eventbezogene rhetorik nicht mit kriegsfeierlichung oder geschichtsverzerrung ja okay um nachvollziehen zu können warum genau deutschland us place verändern würde müssen wir in den 24 stunden vor dem start beginnen wie auch letztes jahr gab es für alle aktionen die die deutsche community betrafen eine zentrale den subreddit als place de und den dazugehörigen discord und während sich letztes jahr auf dem discord noch 17.000 nutzer am ende des events zusammengefunden hatten kam dieses jahr in den 24 stunden nach dem announcement allein 40.000 neue nutzer dazu die sich innerhalb von wenigen stunden besser organisiert das ist auch schon so geil sheriffs und mods devs designer tipplos stage leitungen stage moderationen die meme fabrik admins, head devs, bauleitungen, head diplos und dann voice chat 1, voice chat 2, die nachtwache, kommando zentrale, voice chat 3 und die südflagge ich bin auch gespannt was es mit der südflagge so auf sich hat kursierten als ganze regierung noch vor dem start kursierten bereits reddit posts der deutschen auf r slash place wie sie sich in der kommando zentrale einem voice channel mit tausenden versammelten und die kommentare wurden schnell zu einer mischung aus ach die deutschen wieder und wie zur hölle soll man so auch gegen sie gewinnen auch plant man bereits wo die staatsgebiete auf dem noch nicht mal sichtbaren canvas einzurichten waren gemeinsam mit den neuen jetzt schon organisierten verbündeten bestehend aus den niederlanden und der nordix fraktion also finland schweden norwegen dänemark und island gemeinsam mit dieser küsten europäischen mega allianz wartete man nun also geduldig auf den start und am 20 juli um 15 uhr war es endlich soweit und diesen moment kann man nur richtig verstehen wenn man dabei war von daher zeige ich euch an dieser stelle gerne wieder wie wir live im stream of twitch genau diese sekunden erleben wir haben uns hier versammelt ein neues jahr eine neue aufgabe 2021 haben uns alle versammelt um etwas großartiges zu schaffen und dieses jahr sind wir zurück wir sind alle zurück um die farben schwarz rot und gold quer über den gesamten canvas zu ballern rechts angefangen nach links rüber gezogen und wenn er erweitert wird machen wir weiter und wenn es neue sachen gibt werden wir einen weg finden die deutsche flagge da drauf zu knallen es ist egal wie wir finden einen weg und wir werden wieder die genigen sein wo die amerikanische stümer drauf gucken wo das subreddit am ende drauf und sie sagen was zur hölle ist falsch mit euch fünf vier drei zwei eins rein es liegt platziere deinen pixel los geht es wo sieht man koordinaten also ich meine hier sammelt sich schon gelb das ist gut das ist der plan 90 bis 100 neuen gelb aber warte mal koordinaten sind oder das egal ich mache meinen gelben pixel hier rein wir haben definitiv ein koordinationsproblem oh mein gott wie schnell wie schnell aber der ganze canvas ist noch fucking weiß und da oben geht schon wieder nur deutsche farben durch warum ist da oben schwarz rot gold okay aber ein canvas fünf minuten time es ist nichts anders und so ging es los die deutsche flagge rollte mit tempomat auf 210 über die leinwand und machte keine anstalten dabei langsamer zu werden die linke und rechte seite waren zu beginn etwas asymmetrisch aber das löste man mit blinker links und lichthupe recht schnell und die fertige flagge stand innerhalb von 30 minuten noch bevor irgendeine andere fraktion etwas vergleichbares zustande bringen konnte bereits fertig da die organisation und planung der letzten 24 stunden trug direkt früchte und das was viele erwarteten oder befürchteten je nachdem aus welchem land man halt kam wurde bereits zum teil wirklichkeit deutschland war aber nicht komplett alleine mit ihrer blitzschnellen herangehensweise denn auf dem rest der leinwand spielte sich ebenfalls spannendes ab frankreich zum beispiel das im 2022er place vor allem zum ende hin extrem an stärke gewann erschien am linken bildschirmrand mit augenscheinlich ebenfalls massiven plänen auch eine ukraine flagge spawnte inmitten des chaos erneut und zog sich in die breite wenn auch etwas in konfrontation mit einem der zwei voids eine schwarze ansammlung von pixeln deren einzige aufgabe es ist zu zerstören was sich ihnen den weg legt nördlich der deutschen flagge fanden sich auch wie geplant die niederländer wieder die man in der deutschen community bei der errichtung ihrer flagge und der orangenen verwechslungsgefahr region tatkräftig unterstützt ebenso ging es mit den nordics los die ganz konträr zu ihrem echtwelt auftreten etwa startschwierigkeiten hatten als die deutsche flagge stand trat auch dort der vorher schon geschlossene bündnisfall ein und nach ob ich finde es schade dass sie das nicht wie geplant hier oben hin gemacht haben direkt angrenzend wenn sowas ein bisschen schwierig also es wäre schöner gewesen wenn es oben gewesen wäre aber ja zählen karl wurden die flaggen gemeinsam in alle himmelsrichtungen erweitert doch vor allem erschien eines quer über den canvas verteilt schriftzüge die die worte fachs best beinhalteten und das muss man einmal erklären denn es ist für diese ausgabe von aus des plays ziemlich wichtig space ist der nutzernahme des ceos von reddit steve hafmann und dieser hat vor kurzem den api zugriff auf reddits daten kostenpflichtig gemacht und damit viele teilweise besonders bei vollzeit reddit nutzern sehr beliebte das haben alles andere als gut bei der community an und so kam es vor einigen monaten auch zu dem sogenannten blackout wo zahllose subreddits in protest zeitweise oder auch gänzlich den zugang für alle sperrten damit nutzerzahlen und werbeinnahmen sinken um ein zeichen zu setzen viele vermuteten dass reddit r slash plays auch genau deswegen zu diesem unüblichen datum nach nur einem jahr mitten im juli anstatt wie sonst am ersten april zurück brachte als ein versuch um sich bei der community zu entschuldigen und um sie zu besänftigen nun dieser ansatz ging mehr nach hinten los als ein e auto rückwärts gang denn diese ganzen schriftzüge werden weder die letzten noch die prominentesten sein die wir in diesem video noch zu sehen bekommen jetzt wisst ihr aber auf jeden fall was sie bedeuten doch kommen wir zurück zur deutschen flagge vielleicht ist es euch in den clips zu herrn hyperkapitalismus schon aufgefallen mitten zwischen den kleinen communities und schwarzen pixelansammlungen bildete sich eine kleine zweite deutsche flagge die nicht vom discord geplant scheinbar keine große allianz oder gruppierung hinter sich hatte oder in irgendeiner art und weise einen konkreten plan zu haben schien und trotzdem demonstrierte sie unfreiwillig etwas das den rest des gesamten r slash place events 2023 für deutschland komplett neu definieren sollte das wollte wie hier aus guck mal selbst die kleine deutschland flagge wird es gibt vom void warte 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 moment 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 das voids gibt die kleine deutschland haben die angst sogar vor dem einfach so grundrespekt aus dem letzten jahr oder was oh mein gott das voids das keine ausnahme macht das einfach alles schwarz macht hat respekt vor der kleinen deutschland flagge oh mein gott das ist ja lächerlich diese umstände ließen eigentlich nur eines vermuten nach dem letzten jahr und nach allem was die deutschen in den letzten 24 stunden schon fabrizierten hatte man schlichtweg angst vor den schwarzwort golden pixeln überlagern bringt eh nichts sie holen es sich zurück und wenn wir pech haben holen sie sich noch mehr und diese mentalität diese mischung aus angst und respekt in den köpfen der anderen pixler sorgte dafür dass auch die eigentliche flagge der deutschen komplett in ruhe gelassen wurde und das war ein umstand den man selbstverständlich so gut wie möglich zum eigenen vorteil nutzte und nachdem die harte arbeit der richtung der eigenen flagge und fünf anderer flaggen erst mal abgeschlossen war entschied man sich wie alle jahre zuvor auch das zu machen was nach so viel arbeit nur sinnvoll ist wieder mal mehr arbeit es ging also an die traditionelle dekoration deutschland direkt zu beginn setzte man auch mit der deutschen community ein zeichen gegen steve das kapitalisten schwein und gleichzeitig ließ man auch im übertragenen sinne das wohl ikonischste dekorations element der deutschland flagge 2022 wiederkehren es folgte ein getränk von dessen namen ich erwartet hatte dass es deutlich öfter in troll versuche der spess schriftzüge involviert sein würde als auch ein ausgefand der nach reichlich überlegung und erst einigen widerstand im discord weil man sich in deutschland gerne aus prinzip gegen neue sachen wert eine skibrille in anlehnung an ottos und schiagos kooperationen in einem zu diesem zeitpunkt reichlich viral gehenden lied über jungs aus friesland aufgesetzt bekam als auch eine genehmigung erhielt sich genüsslich ein paar schlücke spezzi schmecken zu lassen in gesetzestreuer manier wurde anschließend grundgesetz artikel 1 in aktuell gesellschaftlich relevanten sprachen in die nähe gedrückt und jules erhielt für sein video zu den place phänomen sein pikacho auf der flagge nicht viel später gejoin von einer mango repräsentativ für meine version für die ich immer noch mega dankbar bin an die deutsche community verteilt auf der flagge entstanden noch einige andere artworks nach und nach bis ein großteil bereits mit motiven gedeckt war in dieser anfangsphase lief die kommunikation auf hochtouren und schnelligkeit wurde für gewöhnlich überbringt da ist er da ist er diesen am diesen amogus ich weiß nicht ob ihr es seht diesen amogus hier unter dem arm den haben ein paar freunde und ich versuche die ganze zeit da hinzusetzen da ist er das muss ich mal ganz kurz schreiben aber so cool wir hatten da so viel spaß mit und irgendwann kamen die deutschen haben einfach alles mit zerstört zessionen priorisiert so dass einige artworks noch ausbaufähig aber immerhin erst mal zu sehen war aber vor allem passierte rund um die deutsche flagge eines gar nichts dazu druck unter anderem auch die existenz der demilitarisierten das war dieser gelbe streit ist auch so eine cool idee gewesen der ursprünglich aus falsch gesetzten pixeln für die flagge selbst entstand denn als man sich organisierte wurde der untere gelbe bereich eigentlich erbänden doch ein haufen deutscher pixler setzte den streifen anscheinend trotz bereits fertig darüber hängen der deutscher flagge fort und da man nicht wirklich wusste was damit zu tun war umrandete man den streifen einfach schwarz und benutzt den erstmal als eine art puffer zone unter der auch andere starke parteien wie frankreich stoppen die dmz fütterte die theorie welche die situation zwischen dem volt und der kleinen deutschland flagge vermuten ließ weiter so ganz erklärt das aber immer noch nicht warum nicht mal jemand vielleicht unwissendes versuchte an irgendeinem ende der flagge anzugreifen naja und das lag vermutlich daran dass es bei dem was die deutschen auch außerhalb des kämpfen schwer war nichts mitzubekommen denn was planung und bürokratie ist auch während alles schon lief für die verhältnisse des events mal wieder komplett übertrieben fast 80.000 bilder die mitarbeiteten 41.000 davon aktiv bei der nachtwache dabei im absoluten peak saßen 6500 leute gleichzeitig in einem voice call wodurch discords infrastruktur so sehr litt dass nur für die deutschen der server auf einen eigenen cluster umverlagert wurde und 115.000 user schrieben über 600.000 nachrichten und saßen 23 jahre lang in voice calls um pixelgenau herausgegebene vorlagen eins zu eins auf den canvas zu fixieren und als auch das nicht mehr reichte programmierte man ein eigenes overlay das direkt auf a slash place genau zeigte wo welcher pixel hingehörte und all das kulminierte gemeinsam in einer großen reibungslos laufenden maschine die über alles rüberfuhr was sich in den weg stellte und in den vergangenen stunden als auch in den noch kommenden ein gegner war den niemand egal ob nation oder streamer sich leisten konnte zu unterschätzen und das mit discord wusste ich gar nicht das war aber es ist aber so krass weil ich weiß noch als aus der space gestartet ist konnte ich nichts mehr auf diesem war der discords channel einfach weg bei mir so ich war in discord drin es war 15 uhr zack der channel war auf einmal weg ich konnte erst irgendwie so abends so konnte ich den wieder sehen es war insane aber krass dass die extra den eigenen dass die deutschen extra verlegen mussten so cool am betracht dieser ganzen umstände war es auch nicht sonderlich verwunderlich dass man lieber vorsichtig war wenn man versucht den deutschen an ihr virtuelles bein zu pissen ganz so einfach wurde es dann aber doch nicht denn nicht auf der eigenen flagge aber schon bedrohlich nahe nämlich in schweden erschien ein void des spanischen streamers rubius der auch schon letztes jahr auf rs place mitmischte dieses wurde zu diesem zeitpunkt von wahrscheinlich 50.000 video aktiv unterstützt und ob angst vor deutschland oder nicht das war eine zahl die man nicht ignorieren konnte also versuchte man gemeinsam mit den bündnispartnern gegen anzukämpfen verbotszone in seinem chat zu etablieren void 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 was zum fick das grinsende rote gesicht guckt euch oh mein gott da gehen gehen da gehen gehen dies aus dem nichts kam und sofort dieses grinsende gesicht auftaucht oh mein gott weg damit schließt das void es ist rubius schon wieder oh mein gott okay dann hält es nicht lang aber wir gehen gegen an mal sehen ob wir es schaffen wenn wir das schaffen dann können wir alles schaffen auf dem canvas guck mal wieder schon wieder zugeht guck mal wieder zugeht let's go let's go alle rein da wir kommen gut gegen an wir kommen wirklich gut gegen an guckt euch das an richtig nice oben rechts ist ein russischer 12k streamer dafür ist das ein ganz schön klägliches ergebnis er ist es also wir werden von dick angewächst wir werden von dick angewächst die wichtigen calls also sind nicht weg aber er hat aufgegeben glaube ich oder ich glaube er hat aufgegeben also er ist immer noch drauf mit der kamera aber ich glaube er hat aufgegeben aber wir müssen weiter gegenpixeln aber das heißt er hört damit auf und darf formt sich das neue ach gott okay wir müssen jetzt irgendwie an zwei fronten kämpfen welche seid ihr zuerst ist eine gute frage ich würde es nur balance noch ausbeiden also das sieht gerade erst mal gut aus das problem ist der hier der ist größer der hier er schafft irgendwie nichts er kommt ich habe das gefühl der expandiert nicht exklusionsartig der hier kann exklusionsartig ihr habt ganz genau okay alles hierhin oh mein gott und müssen das hier verteidigen ja 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 hier hier rein hier rein hier rein hier rein alle den pixel hier einsetzen erst mal das hier weg erst mal das hier ja sehr gut sehr gut sehr gut mehr blau je weiter sie rausgehen umso mehr pixel verbrauchen sie ja 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 macht es so ja guck mal hat keine chance er schafft es nicht mehr schweden und oder norwegen hier zu holen der seinen beut wird jetzt schon wieder übermalt let's fucking go okay krass wir haben gerade ein 50.000 zuschauer streamer abgewährt das ist das ist halt deutschland ist halt so krass ich würde sagen wir lassen die schweden das jetzt selbst wieder heilpixeln weil ich glaube er hat aufgegeben und wir kümmern uns hier drum dass der mal sein maul hält hier und so bestätigte sich dass das deutsche großbündnis sogar gegen eine 50.000 pixel starke das ist halt sehr schnell reagieren und bestehen konnte sehr schnell merkte man dass das kräfteverhältnis das letztes jahr noch die streamer begünstigte sich zu verändern schien und für die deutsche community macht es den eindruck als könnte man inklusive streamern dieses jahr vielleicht gegen alles bestehen nun bevor diese hypothese überprüft wurde könnten uns erst einmal angucken was definitiv nicht gegen streamer bestehen konnte denn da gab es zum beispiel die türkische und die indische flagge die noch am gleichen abend unter dem deutschen streamer papa platte und seinen unfassbar kranken behörzahlen über das place event verteilt leiden mussten ich weiß letztes jahr habe ich in diesem video keine großen von der deutschen flagge losgelösen zu markt somit eingeschlossen und ich weiß auch dass einige nicht sonderlich begeistert von ihnen war was jedoch kein mensch der dieses jahr dabei war leugnen kann und auch die meisten von euch denke ich nachdem ihr das video zu ende geguckt hat einsehen werdet ist dass die internationalen streamer eine der wenigen akteure auf dem pixel schlacht welt waren dafür sorgten dass als place 2023 keine 1 zu 1 kopie wenn nicht sogar ein downgrade von r slash place 2022 wurde lasst mich als kleinen vorgeschmack die ersten beiden geschichten etwas erläutern da es ein schönes relikt aus der kindheit ist und weil viele zuschauer sich auch positiv daran erinnerten entschied sich der mann der durch in autotune getränkte schlagerlieder über alkohol auf spotify bekannt wurde und seit neuestem auch auf twitch streamt dass er gerne ein riesengroßes togo logo bauen möchte so und jetzt machen wir ein kleines quiz wenn ihr euch die untere hälfte des canvas so anguckt fallen euch bestimmt viele offene spots auf an denen man ohne großen aufwand perfekt ein großes logo hinbauen könnte und jetzt ratet doch mal welche dieser stellen papa platte sich ausgesucht hat richtig die indien flagge welche synapse für diese entscheidung zuständig war weiß ich nicht ist an dieser stelle aber ehrlich gesagt auch reichlich egal denn in den folgenden zwei stunden entbrannte so ein kampf zwischen einem land mit 1,4 milliarden einwohnern und einem bruttosozialprodukt von 795 milliarden 989 934 937 twitch subs von kevin gefühlt ewig kämpften die deutschen zuschauer darum das logo das repräsentativ ihre begeistert geschauten kindersendungen stand zu verewigen begannen erst die indische flagge in eine weiße fläche zu verwandeln in der hoffnung dass indien dadurch schon aufgeben würde doch selbst eine stunde nach beginn war die zentralasiatische wachstumsnation noch nicht einmal annähernd bereit aufzugeben kam nach ewigem hin und her endlich zurück und die farben der indischen flagge waren das erste mal wieder schemenhaft zu erkennen als wären sie der rückkehr und vielleicht sogar dem sieg extrem nahe und dann fielen teilen indiens der strom aus wir haben jetzt gerade mein gott das ist jetzt das gibt's nicht guck mal in den channel noch mal rein wir haben jetzt gerade freie bahn in indien ist stromausfall stromausfall es hat gerade heftig geregnet guck ich hab das überhaupt nicht mitgekriegt also ich hab das als ars express war überhaupt nicht mitgekriegt sondern ich habe einfach nur gesehen so joda ist indien und später irgendwann da wo indien war ist jetzt togo cool hab das ich hab gar nicht so viel mitgekriegt das ist so geil dass das internet der strom ausgefallen ist so und ohne diese geschichte wäre es ehrlich gesagt auch nur halb so gut das war aber nicht der einzige auftritt der deutschen streamer half meint zu diesem zeitpunkt am anderen ende der leinwand gab es nämlich auch noch einen kampf zu führen dort befand sich die türkei flagge die bisher nur dadurch auffiel dass sie ihren sternen nicht so wirklich präzise hinbekamen wofür sie übrigens auch noch weitaus länger bekannt sein würden jetzt machten sie sich aber auch noch unbeliebt da einige rote pixel sich in das angrenzende memorial des verstorbenen minecraft spielers technoblade verübten das geschah so lange und wurde so bedrohlich dass man sich kollektiv entschied etwas dagegen zu unternehmen und dem stream von gronk entsprang dann wohl die beste idee zur vergeltung die türkei flagge ist bereits größtenteils rotweiß also machen wir doch einfach das deutsche bahn loko draus ja und anstatt dass jemand dieser person nein what the fuck gesagt hat hat irgendjemand bohr geile idee gesagt und so kam es zu dieser krönung der trollkunst ja es war so cool in der mix sind die grieve farbe dieses jahr das ist kevin irgendwie anderen deutschen streamer noch kurz bescheid sagen dass wir wirklich mal kurz die türkei in dem mangel nehmen damit die checken das technoblade rumgelassen werden muss ich glaube das checken schon alle oder okay die die aktion die jetzt so ergibt schon sinn weil die ganze zeit hier am ficken sind die ganze zeit irgendwie expandieren wollen da kommt jetzt wirklich die b hin oder was die deutsche bahn einfach deutsche bahn einmal pünktlich und sie sein musste das beste das beste was die db je geleistet hat ja wirklich das ist schon gut das ist schon wirklich gut im technoblade subrede sind die neuen sachen alle nur türken die sich entschuldigen was no way i am turk we are sorry for attacking technoblade der deutsche bahn logo turkey got instant karma i am coming from turkey some idiots attacking technoblade we are sorry i am from turkey we are sorry for attack all turks don't attack technoblade i am come from turkey we are not attacking you the attackers using red don't get me wrong thank you it's not us attacking godspeed technoblade never dies okay okay und während all diese dinge auf dem canvas entstanden und es langsam abend wurde stand die deutsche flagge am oberen rand der meisten bildschirme so fest dass es schwierig war auch nur einen marklauf hier zu erkennen schön verbildlicht von diesem reddit post der auch etwa zu dieser zeit auftauchte und im titel schreibt es ist schwieriger den deutschen zu helfen als sie anzugreifen das nun aber dunkel wurde in deutschland erwarteten viele wie auch letztes jahr dass über nacht einige bereiche zurückgeklebt werden wird bei unseren verbündeten im norden war das ganze auch recht schnell deutlich zu beobachten als ein großteil der orangenen fläche sich in ein sammelsurium für kleinstkunst verwandelt und während diese willkür in den niederlanden wütete kam das ausmaß der nächtlichen anarchie auf der deutschen flagge ganz anders zum vorschein irgendjemand pixelte blumen ästhetisch korrekt an das kein tempo image hielt und ließ diese subtil in die dmz wachsen das war alles mehr geschah nicht und auch wenn es an dieser stelle nahe liegt zu vermuten dass sich daran nichts mehr ändern würde folgte bald darauf tag zwei und der brachte veränderung die sonne ging wieder auf und das bisschen gepixel das nicht genehmigt war wurde selbstverständlich mit schichtbeginn um acht uhr entfernt und noch vor der mittagspause gab es bereits die ersten neuen arbeitskreuz bestehend aus artwork umgestaltung damit mehr platz entsteht und neuen kunstwerken die teilweise wirklich zu viel diskussion braucht um ihren platz auf der flagge zu bekommen das übrigens auch auf der heatmap auf der die am meisten bearbeiteten pixel heller markiert sind deutlich heraussticht da immer wieder versucht wurde es zumindest unleserlich zu machen durch tausende instandhalter kommt niemand durch der zweite tag begann für die deutschen der hauptflagge erst mal gemächlich das hauptprojekt des morgens bestand darin der dmz endlich etwas charakter zu geben und in feinste alte herren keller kultur wurde diese in ein gemeinschaftsprojekt europäischer länder umgewandelt die alle den für ihr land typischen zug auf dem streifen hinterlassen damit war im norden also eine entspannte aufgabe gestellt das sah auf dem rest der karte aber anders aus die inoffizielle südflagge wie man sie inzwischen nannte setzte sich komplett ohne offizielle hilfe gegen ein weiteres experiment des themers rubius durch und dann kam es zu einem der wahrscheinlich rationalsten place des startkern was denn wenn ihr euch den gesamten bereich jetzt muss anguckt ja was meint ihr würde hier mega sick aussehen und viele von euch würden jetzt bestimmt super clevere und berechtigte dinge antworten wie große artworks von kulturell relevanten dingen vielleicht auch mehr gaming referenzen oder einige würden vielleicht sogar spekulieren dass ein größerer kennen was eine schöne sache wäre auf die man sich vorbereiten sollte und was denken sich jan philipp söhren paul und niklas irgendwo tief in hessen um 9 uhr morgens weißt du was die usa flagge hier die hier würde übel nice in schwarz-rot-gold aussehen und aus den paar pixeln machte das deutsche hive meint das eine und damit meine ich wirklich das eine was niemand von euch eben auf die frage was hier noch fehlt geantwortet hat noch eine deutschland flagge und innerhalb eines tages gab es plötzlich dieses ding mitten auf dem kern was von dem wieder niemand wusste wie sie da eigentlich hingekommen ist und wieder wurde es relativ in ruhe gelassen deutsche wirklich zwar liebt diese flagge nicht bis zum ende bestehen aber als ein zeichner aller anderen diente sie allemal vorerst passiert aber nicht mehr in dieser ecke und schon bald verschob sich die aufmerksamkeit gewaltig denn am nachmittag des zweiten tags folgte erneut eine erweiterung die zwar erwartet war aber trotzdem nicht wie erwartet ablief war da ist jetzt wirklich nur erkennen was ist jetzt das sind jetzt so viele nicht wirklich oder ist es soweit es ist soweit aber diesmal nicht verdoppelt das heißt wir kriegen diesmal ein links ein rechts wir ziehen durch wir ziehen durch pausiert die sap gibt's geht an die pixel rüber da oh mein gott ist schon wieder so schnell im vergleich zu allen anderen das ist so schnell guckt euch mal an wie widerlich das ist guck mal hier die paar leute so ja wir fangen an ein paar pixel zu machen und deutschland schon fast fertig wir sind fast fertig was geht im discord ab kein was oder weiter da war nach rechts pixel ist schon gar nicht mehr überraschend alle leute so ja okay machen wir jetzt nur rüber da sind so krass wie deutschland einfach schon steht frankreich hat so einen leichen anfang und rechts oder deutschland steht einfach schon fertig ja deutschland war das ist schon wieder so genau das gleiche wie letztes mal aber es ist so crazy trotzdem so neuer canvas und guckt euch den vergleich an guckt euch den vergleich an mit der überlegenheit eines perfekt trainierten kiogris das einem glumander gegenübersteht demonstriert die deutsche community auch mit dieser weiterung dass sie sich alles nehmen würde was sie bekommen kann und das in einem tempo in dem niemand mitteilen konnte am ende ging es so schnell dass man erneut den niederländern beim gesamten auf ihrer flagge bevor es mit der absoluten unanfassbarkeit der deutschen flagge erneut und ein paar neue dekorationen ging neue ideen und designs beinhalten unter anderem bruder muss los und eine drei fragezeichen kassette diese jointen zuerst die pixel geschichte die gerade live entstand daneben gab es schon bald eine sandale mit socken drin etwas worauf man nun nicht unbedingt stolz sein muss aber wohl oder übel mit deutschland assoziiert wird die charakteristische glasschlüssel als auch diverse kleinere artworks all das geschah übrigens über fünf stunden verteilt ohne auch nur einen einzigen angriff und so gab man auch am zweiten tag den stab an die nachtwache ab in mitteleuropa und viele pixler legten sich ins bett doch diese nacht sollte keine leichte werden für unsere koffein getränkten helden der nachtwache erst hielt sie nur ein miem wach denn wie in dieser schön formatierten zweiseitigen pdf datei ausführlich für die nachtwache die große geschichte des legendären spiderman stufels festgehalten wurde bekäckten sich tausende menschen wohl gleichzeitig so sehr über diesen spiderman drehstuhl der tatwache soldaten besetzte dass er fortan zum dreh und angelpunkt sämtlicher konversationen wurde und man ihn prompt neben der instandhaltung der flagge auf ihr verewigte zumindest temporär und so war der stuhl geboren und dieser musste auch direkt performen denn das erste mal seit beginn des events näherte sich eine aggressive sich ausbreitende macht der deutschen flagge die argentinie in südamerika war es zu diesem zeitpunkt zehn uhr abends in deutschland drei uhr nachts und der argentinische streamer el spreen saß gerade mit zehntausenden zuschauern live am kern und wollte die blau-weiße masse in den norden expandieren lassen zur erinnerung wenn es auf dem kern was letztes jahr zu zusammenstößen von communitys oder flaggen kam meist tagsüber setzte man häufig auf die abwartung taktik denn gegen 60.000 twitch zuschauer konnte man auch auf deutscher seite tagsüber zwar gegen ankämpfen aber nicht sofort und jetzt guckt euch an was 2023 nur die nachtwache ausrichtete nachdem indien und die schweiz besiegt wurden traf die argentinische flagge auf die deutsche flagge kurzzeitig konnte sie durchbrechen und bis an den nördlichen kern was ran vordringen doch von dem moment an an dem ihr übertritt bemerkt wurde feuerten die schwarz-rot-golden pixel der nachtwache zurück und fingen an die südamerikaner von zwei fronten aus anzufressen der kampf war alles andere als einfach und trotzdem braucht es nicht mal eine stunde bis die invasoren den klauen des stuhls nicht mehr standhalten konnten und das erste mal in der deutschen art space geschichte schaffte die nachtwache es eine aufgabe zu vollbringen für die andere community ihre gesamte kapazität gebraucht hätten so dass um vier uhr schon keine auf der deutschen flagge zu sehen war währenddessen machten die inder übrigens auf ihrem eingeschränkten neuen staatsgebiet herzen zu argentinien aber weil die deutschen es einfach können entstand um halb drei morgens einfach noch eine deutsche flagge die aus frankreich hinaus noch mal in die argentinien reingrätschte vielleicht aus prinzip vielleicht auch einer zufall kaum war die nacht aber vorbei und die nachtwache abgelöst ging es auch schon weiter denn wie erwartet öffnete am westlichen ende der leinwand ein neuer canvas der die bepixelte fläche weiter in die breite zog und ganz genauso wie bei allen vorherigen erweiterung over performten die deutschen in jeglicher hin in 15 minuten war die flagge komplett erweitert und auf dem gesamten neuen teil der leinwand konnte niemand so richtig mithalten außer die franzosen genau mit diesen sollte es an diesem tag aber auch zu einem klitzekleinen problem kommen denn während nach fertigstellung der neuen teile die deutsche community sich wieder an die tipp nation machte mit mauerfall memorial fort wenn die pflanze und dazugehörigen lauterbach als auch noch einigen anderen kunstwerken passierte auf der neuen französischen flagge genauso viel wie auf einem deutschen regierungsgipfel zum thema digitalisierung nix und das macht er nicht nur in der deutschen community viele pixler verständlicherweise etwas wütend denn so gerne sind riesige flaggen schon sowieso nicht gesehen wenn sie dann den kennen was aber nicht mal bereichern wirken sie wirklich nur große symbolische handtücher ohne großen und so kam es am dritten tag zu einer niedergewesenen aktion die einen domino effekt sondergleichen auslösen sollte und so zersplitterte deutschland-fraktion die nichts mit uns zu tun hat aus irgendeinem grund greift jetzt und nach dass wir eben einen friedens airbus gebaut haben hier friedens airbus warum so warum das ist kevin wieder der kann die ecke noch nicht in ruhe lassen schafft er das jetzt wirklich da unten er schafft das wirklich ich meine die franzosen werden jetzt logischerweise denken dass wir das sind um an der disco auch zweigeteilt zwischen warum macht ihr das und endlich die die plus klären das hoffe ich auch zwei fronten oh mein gott das kleine deutschland fängt auch an das kleine deutsche macht mit dem anderen deutschen da unten mit als ob das jetzt wirklich passiert das heißt verplatte greift da unten an die mini deutschen hier oben greifen an das void geht auch drüber alle sehen das gerade als zeichen der schwäche und gehen jetzt auf die französische flagge also an sich ist das natürlich nicht gut aber es ist wenigstens was spannend es passiert wenigstens mal irgendwas bisher nicht passiert ist unmöglich dass das bleibt eigentlich discord voting oh mein gott das 50 50 da wir nur den franzosen helfen können unseren ruf verteidigen würden wir die linke französische flagge in die fall gegen die falsche deutsche flagge schützen die französische flagge soll gefixt werden und es die ich finde es gerade spannend es wort noch mehr leute dagegen als dafür oh mein gott die leute sind oh mein gott guck doch den discord an guck das da unten an wie die votes durchballern 1700 dafür zu helfen die frankreich ist sonst leer das stimmt halt wirklich ich meine die haben noch nicht mal ihre rechte flagge fertig dekoriert ok 2,4 gegen helfen 1,7 k für helfen wisst ihr was leute ich beschwere mich seit zwei tagen dass alles so ist wie immer ich setze mein pixel die österreicher in welten auch die österreicher kommen mit die leute steuer steigert sich da richtig rein in dem thread dazu ihr spinnt ihr vaterlands verräter neue discord nachricht der aktuelle platz für die linke französische flagge ist eine vollständige community übernahme außerdem wird auch der space der untersten deutsche flagge für communities freigegeben okay das habe ich halt auch nicht mitgekriegt so geil schwarzes display schwarze pixel schwarze pixel die kommando zentrale fühlt sich wieder wollen ist freigegeben das wollen ist freigegeben leute und so geschah es das erste mal in der geschichte von a slash place übernahm eine große länderfraktion eine andere und das ist ausgerechnet die kombination aus deutschland und frankreich sein musste es wohl auch kaum abstrakter einzuordnen streamer jointen und planten große artworks auf der einen seite der flagge kleine communities beteiligten sich und überlagerten andere das benachbarte void streckte seine schwarzen arme aus und fing an rote französische pixel in sich aufzusaugen und es hörte nicht mehr auf aus dem eigentlichen plan die flagge nur zu weuden wurde selbstverständlich am ende auch nichts denn natürlich geschah genau das was zu erwarten war eine kleine deutschland flagge nach der anderen spawnte auf der oberen hälfte von frankreichs neuen staatsgebiet und mörgte nach einiger zeit in eine große gesamtfläche die kein blauen oder weißen pixel übrig ließ parallel kam es weiter unten zu dem schigo incident als die durchaus bekannte dame aus kim possible als gemeinsames streamer projekt von rubios papa platte und co über die flagge gelegt wurde und sich schnell zu einem reddit mod eingriff hotspot entwickelte denn wenn das internet eins gut kann dann dinge sexualisieren und tada über 18 stunden kämpften um schigo nippel und ein penis zu pixel die so gut gemacht wurden dass sie euch hier nicht mal zeigen kann während die reddit mods verzweifelt versuchten alles wieder wieder zu entfernen die schwäche der französischen flagge auf der linken seite wurde übrigens noch weiter genutzt als eine community unter der anleitung des streamers selbit eines der ersten super eindrucksvollen kunstwerke seiner community entstehen ließ und diese gefühlt nebenbei auch noch mal eben die gesamte östliche flagge der franzosen komplett voideten nur weil es witzig war und das wird sogar permanent für sich bei frankreich ja frankreich war so hinzu diese flagge hier war cool die andere waren einfach zu dem zeitpunkt waren die halt einfach leer und war schon verdient planen die noch deutsch gefärbten neu eroberten space in community fläche um zu wandeln wurde auch kurz darauf noch in die tat umgesetzt aber nicht etwa weil man es passieren ließ nein es gab einfach plötzlich etwas deutlich wichtigeres zu tun im norden tauchte erneut ein neuer teil des canvas auf mehr platz hieß also erneut mehr schwarz rot und gold doch diesmal lief etwas schief direkt nach beginn spawnden zwei deutschland flaggen einer größenordnung wie sie eigentlich nur vom offiziellen discord ausgehen konnten aber warum zwei nun der grund dafür ist ebenso banal wie unterhaltsam der beauftragte für die ankündigung neuer koordinaten terz war genau in dem moment als der canvas erweitert wurde auf der toilette und so wusste niemand wirklich wohin mit den pixeln und man fing einfach irgendwo an in diesem fall hier oben und als terz kurze zeit später an sein computer zurückkehrte wurden die richtigen koordinaten gepostet und mit der offiziellen bord der flagge welche als quasi spiegelung der bereits existierenden dienen sollte auch endlich eingeleitet wurde nun diese nacht sollte aber noch deutlich spannender werden denn inzwischen hatte die nachtwache wieder das zepter anstatt die geschehnisse aber einfach nachzuerzählen würde ich euch jetzt gerne einen bericht vorlesen den einer der tapferen nachtwache während alles live passiert schrieb denn wenn wir schon fällig zu erfahren haben in dich sollten wir die nacht mit den augen der pixler betrachten die anwesend waren also natürlich haben die den bericht geschrien zu ihrer wohlverdienenden erholung doch einige tapfere soldaten bleiben standard 0 uhr 30 einige wenige soldaten genügend um die flagge zu verteidigen im chat entstehen gute memes die stimmung ist heiter und alle genießen einen erfolgreichen tag noch ahnen sie nichts ein uhr entgegen allen erwartungen wird der canvas nach oben erweitert ein uhr drei der ping erfolgt umgehend alle soldaten springen auf bereit ihre pflicht zu erfüllen keine gefahr ist zu groß noch bevor eine strategie der admirale entsteht stürmen sie darauf los bereit das deutsche hoheitsgebiet zu erweitern es entsteht eine 20 pixel große flagge an der obersten ebene doch nach wenigen minuten wächst sie schon auf 32 pixel ziel ist wie gewohnt die gesamte horizontale aus angst ziehen die gegner auf halber strecke die enden welche ohne gnade durchbrochen werden 1 uhr 7 wie der allen erwartungen wird nicht die obere flagge als ziel eingesetzt als neues ziel soll die allianz mit den niederlanden gespiegelt werden die soldaten folgen befehlen ein zwei frontenkrieg ist in vollem gange beide flaggen werden parallel auf die obere erfährt kaum die größe übersteigt alle anderen projekte bei weitem der fokus wechselt zur spiegelung mit brasilien entsteht der erste größere gegner der teile unserer flagge beansprucht und vollumfänglich grün einfärbt die nachtwache stimmt in stegis chat der mit 21.000 zuschauern ein papa platte gesicht gebaut hat stegi tritt der zentrale bei und präzise koordinierte raids übernehmen brasilien mit stegis hilfe wird das nächste projekt blitzartig überfallen und eingenommen den zwischenraum einzunehmen ist für die stuhl ame reine vormsache bei stegi wurden tausende nachrichten und ein halb trender befinden als dankeschön der nacht war hinterlassen zwei uhr in den nächsten stunden werden die flaggen befüllt und die ersten artworks erstellt die diplomaten werden nach brasilien geschickt um die fronten nach der von uns in der mitte durchtrennten flagge zu glätten 3 uhr 28 es konnte keine einigung erzielt werden wonach wir uns im krieg befanden mit einem artwork wurde die stellung gefestigt 3 uhr 48 das nächste artwork tabaluga stabilisiert unsere stellung weiter 3 uhr 57 ruhe kehrt ein und die produktivität steigt brezeln folgen 4 uhr 23 benjamin blümchen folgt daraufhin kommt unser bisher größtes artwork bernd das brot in thanas rüstung wird so ein geiles artwork ein meilenstein 4 uhr 30 memes und fragen erheitern unsere soldaten heroische geschichten über die erfolgreiche nacht werdenden memes festgehalten nach der taufe durch ihre erste schlacht wird den neuen rekruten die bedeutung des stuhles offenbart zwei drittel der belegschaft haben sich in ihr wohlverdientes schläfchen zurückgezogen eine eiserne reserve lauert aufstellung in der kommando zentrale sind nur noch drei admirele und nicht mal 1000 soldaten übrig 5 uhr 30 xqc startet ein void zwischen unseren beiden neuen flaggen weit entfernt von uns amüsieren sich unsere krieger weiter 5 uhr 36 plötzlich dreht das void in unsere flagge 60.000 zuschauer durchbrechen unsere verteidigungslinie die reserven der nachtwache nehmen die verteidigung auf 60 zu 1 in der unterzahl verteidigen sie unsere flagge bis zum letzten mann in der hoffnung dass die tagschicht bald eintritt 6 uhr 35 ein zermürbungskrieg entsteht die ländereien der deutschen sind hart umkämpft doch in überhand der nachtwache die exklusive energie excuses ist verflogen 7 uhr die übergabe erfolgt die reste unserer soldaten gehen sich nach einer nacht voller schlachten und narben erholen denn sie wissen die nächste schlacht lässt sicher nicht auf sich warten viel erfolg bei der weiteren schlacht befüllt die eroberten gebiete mit tollen artworks und so endete eine weitere nacht in der die deutsche flagge dem stuhl zu danken hatte und nach so harter arbeit sollten die mühen der nachtwache selbstverständlich nicht umsonst gewesen sein und so folgte man ihren wunsch diese erweiterung als auch das daran hängende missverständnis waren allerdings auch dafür verantwortlich dass was das kräfteverhältnis anging endlich etwas normalität natürlich das ist jetzt zwei loge war so krass das erste mal teilweise von kleinen artworks überlagert die sich den vermeintlich übrigen space zu eigen machten wie es auch schon letztes jahr der fall war und auch wenn das objektiv natürlich gar nicht ging für die deutschen würde ich diesen tatbestand als glück bezeichnen denn ansonsten würden wir dieses jahr nicht wieder zu augen bekommen wie wundervoll die flagge aufgeräumt werden konnte nachdem die übergabe erfolgt war und als wenn geschickt sich wiederholen würde lief dieser prozess auch dieses jahr übrigens wieder etwas zu gut denn als die aufräumaktionen in der unteren flagge an der portugiesischen grenze ankam naja machte man irgendwie einfach weiter und aus dem bereich der in der nacht zuvor gar nie wirklich zu deutschland gehörte wurde plötzlich erneut eine flaggen erweiterung und erst eine wirklich relevante fraktionen die valorant community machte die deutschen dazu wieder anzuhalten aber auch nicht sofort über einen nicht allzu kurzen zeitraum kämpfen die deutschen pixel um eine eintrittserlaubnis auf dem valorant artwork doch bekamen sie nicht letztendlich auch weil man aktiv halb valorens artwork mit zu verteidigen und so die deutsche hive mein krake die dank dieser aktion später übrigens auch mit diesem wundervollen artwork ihren platz auf der flagge bekommen sollte oh ha das kenne ich gar nicht das art was habe ich gar nicht gesehen aber eine deutlich größer als erwartete fläche zu verwalten hatte und über den vierten tag verteilt dann auch auf der deutschen seite mal ziemlich in zugzwang kam und boy wenn die deutschen overperformen müssen dann schaffen sie es ein kunstwerk nach dem nächsten wurde auf die flaggen gedruckt von einer wiederkehr des stuhls über comic und kinderserien anlehnung in massen und recyclingmüll denn mülltrennen ist eine nationale identität ordnung muss sein bis hin zu kulturell relevanten personen und orten war alles dabei aber trotz dieser hochphase der kunstkreation konnte man einfach nicht beide flaggen komplett befüllen damit man nun aber nicht in dieselbe lage wie frankreich einen tag zuvor kam entschied man sich in der deutschen kommandozentrale für einen ziemlich smarten schachzug die nördliche flagge wurde für andere communities geöffnet die nach absprache mit dem discord ihre eigenen ideen auf dem schwarz rot goldenen hintergrund verewigen durften und so wurde der größte teil der neuen erweiterung zu einem nicht ganz typischen aber definitiv schön anzusehenden hab für artworks aller art als auch eine massiv hohe anzahl an fax best schriftzügen die vorerst unangefasst blieben aus einem einfachen aber langsam auch irgendwie nicht mehr überraschendem grund es gab noch eine erweiterung und an diesem punkt führte die geschwindigkeit dieser erweiterung und das war also krass inzwischen fünf tage dauerte dazu dass am deutschen discord als auch generell auf dem canvas die aktivität etwas nachließ es ein wenig ruhiger wurde um man die ziele etwas anpasst und ganz ehrlich das war auch angebracht denn inzwischen gehörte so viel fläche dieses canvas bereits zu deutschland das etwas platz lassen wie ich finde auch nicht schadet tatsächlich kann man mit dieser erweiterung und erwarten dann aber noch auf eine neue idee mit der deutschland es schaffte herauszustechen man war sich recht einig dass noch eine flagge echt nicht sein muss und daher setzte man sich mit den verbündeten mit place nl zusammen und errichtete einen großen goldenen bilderrahmen der direkt zu anfang mit zwei traditionellen kunstwerken gefüllt wurde ihr wisst diese analoge malerei falls ihr mal davon gehört habt und nicht mehr so in der zukunft außerdem wurde etwas weiter östlich eine europa karte zu picken und jetzt beginnt es da bin ich gespannt was ihr da alles so erzählt die europa karte war irgendwie insane freigegeben als symbol für zusammenhalt und auch weil das immer noch besser war als noch eine flagge zu wichsen den gesamten restlichen lebenszyklus dieses artworks über gab es zwar immer wieder welche die in geschichte hinten gesessen haben und deswegen es witzig fanden zu versuchen polen auch schwarz rot gold zu färben aber da konnte man dann doch recht gut gegnern halten trotz dieser umplanung mehr gibt's nicht schade die vom deutschland durchgesetzt wurde da sie aber offiziell nicht geplant und daher auch nicht verteidigt wurde hielt sie nur für wenige stunden so und wenn wir jetzt mal raus so ja dann fällen die geometriebegabten unter euch vielleicht etwas auf dieser canvas ist seit der letzten erweiterung quadratisch wisst ihr wie die letzten zwei r-place canvas am ende des events aussahen quadratisch wenn man jetzt also eins und eins zusammenzählt und damit nicht nur die verhältnismäßigen seitenlängen des quadrats darstellt sondern auch einfach nur logisch denkt könnte man ja annehmen dass dieses ja auch mit dieser größe ein ende in sicht ist richtig falsch es folgte noch zwei erweiterungen wie ihr euch vielleicht denken könnt haben diese bereits existierende probleme nur amplifiziert überlagerte gebiete auf der nordflagge wurden noch schwieriger zu reinigen so dass man sich dazu entschied von den reinigungen ganz abzusehen und sich auf andere gebiete zu konzentrieren und davon gab es jetzt wieder genug denn auch wenn die erweiterung etwas viel wurden galt hier nur eins noch einmal zeigen wozu die deutsche community imstande ist und so ging das was man schon endlich mal gesehen hat aber immer wieder schön ist von vorne los und erneut verteilten sich die drei farben auf beiden erweiterungen zwischen denen übrigens mehrere stunden lagen die ich aus bestimmten gründen die ihr gleich noch erfahren werdet aber zusammenfasse und wie gewohnt stellte sich niemand den drei farben in den weg nachts war dieser prozess zwar noch langsamer als bei der erweiterung die tagsüber passierte letztendlich schmückten alle drei flaggen aber gekonnt die gesamte breite des campers und selbstverständlich wurde noch das beste gegeben um davon auch noch alles zu verzieren einer der brillantesten deutschen subredits meiner meinung nach a slash tier zog auf der neuen fläche um ein overhead projektor staugassenschild und ritter rost bekamen einen platz als auch das taxi das drei ikonische figuren des deutschen fernsehens von einem marderschaden erlöste war dabei auch die rechte seite forderte sein pixel tribut als die erweiterung erschienen und auch dort passierte moment nichts das erste mal ging die dekoration langsamer voran als sonst alles ging langsamer voran überall und das lag an zwei dingen einerseits kümmerte man sich mit der perspektive darauf dass das event bald zu ende gehen könnte darum mit vielen ländern zusammen ein bunt ausgemaltes fucks best um noch mal ein zeichen zu setzen in der mitte der neuen erweiterung zu vertreten und dann gab es noch den hier ein großes finaler stand bevor denn am scheinbar letzten tag von a slash place trat plötzlich xuc der größte englischsprachige stream auf den plan dieser fing an in scheinbar zerstörerischer willkürlicher laune communities anzugreifen und ihre arbeit zunichte zu machen und selbstverständlich dauert es nicht lange bis die ersten zusammenschlüsse darauf reagierten und was dann geschah was für eine welle dann plötzlich über alle sprachen communities und ländergrenzen hinweg über den canvas hinweg fegte wird sich so wahrscheinlich nie wieder wiederholen er reift er greift er mit rubius gebiet mit an wie er es versucht es liegt daran dass alle drauf gucken er kommt nicht durch alle alle tun das okay österreich österreich verteidigen los geht's oh mein gott es ist wieder weg es ist wieder weg 88.000 zuschauer das ist die deutsche flagge verschwenden eure pixeln ich finde deutsche flagge jetzt die deutschen du bestimmt auch ja oh no will er jetzt pappere platte newton was macht er jetzt wenn er unseren drachen angreifst dann müssen wir ihn verteidigen haltet eure pixeln haltet eure pixeln okay da verteidigen wir mit instand halten diese geschichte war so insane ha 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 what the fuck am leben halten am leben halten er kommt jetzt schon nicht durch junge hat einfach fast gleich viele zuschauer wie xqc was ist hier los der discord eskaliert auch insane oh gott alle helfen alle helfen drache die fett in deutschland kommt february march okay leute gegen pixeln junge er denkt dass die keine overlays haben team 2 april may june weg damit weg damit du guckst die an da auf es ist schon wieder die welle ist schon kaputt die ist schon gone junge vor allem imagine jemand würde ihm mitteilen dass das nicht das einzige ist dass auch das mit von ihm ist und dass auch das mit von ihm ist und dass auch hier drüben noch was imagine und da keine ahnung er schafft sich mal eins davon kaputt zu machen das ist viel das ist viel aber es muss gegen angehen ja aber das bleibt nicht guck mal das war schon wieder das war nur einmal kurz das wird sofort repariert das ist so insane anywhere okay jetzt ist der große kampf jetzt ist der große kampf für alles weg damit haltet die stellung bleibt drin die hellblauen weg alle weg ja er hat gespredet er hat gespredet und jetzt wird erst deutlich wie schwach er ist weil er sich über das ganze artwork verteilt hat dadurch wird erst deutlich wie schwach er ist es wird so stark gehalten der gesamte deutsche discord ist da alle helfen mit so gut das ist so schön ob der krieg wirklich für uns ausgeht holy shit battle tactics from a specialist tut das jetzt verstärkung maybe chat quer es ist so geil ich kenne das schon aber lieb so hat sie einfach eine taktik However its wir machen einfach genau das gleiche Wir machen einfach genau das gleiche, was er sagt. Nur für die Verteidigung. Wenn ihr am Ersten seid, dann verteidigt ihr auch da, wo die am Ersten angreifen sollen. Das könnte sich niemals merken. One was two, ja genau. Okay, wir verteidigen einfach so, wie er angreift. Nur Januar? Ist er dumm? Nurak wird gebäudelt parallel. Oh, tatsächlich. Reddit wieder down? Wirklich? Da passiert nichts mehr, da passiert nichts. Legit eingefroren. Wieso steht es denn still? Hier drüben ist alles eingefroren. Gerade so ein großes Rätsel. Warum kann man hier placen, aber da drüben nicht? Ah, oh. Reparieren, 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 reparieren. Jetzt wurden die Server, jetzt sind die Server zu seinem Vorteil ausgefallen. Defense, hold it. Fucking hold it. Fucking hold it. Miss Kiff hilft jetzt auch. Nice. Immerhin. Junge, jetzt zeichnet er die Zones wieder ein. Es ist schon done. Du hast schon verloren. Guck dir den Drachen an, der steht wieder. Guck ihn dir an, er steht wieder. Was macht er? Was macht er? Sie sind überhaupt kein Gesicht. Alle sind einfach drauf. Alle sind drauf. Okay, 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 okay. Ihr verteidigt einfach dasselbe. Wir machen das gleiche, was er sagt, aber in der Verteidigung. Eins zu eins. 32. 32. Warum denn Monat? Ist er dumm? Ist er präge? Boah, okay, das klappt diesmal aber. Alle Januar, alle Januar Leute zur Verteidigung. Alle Januar Leute zur Verteidigung. Alle Februar Leute zur Verteidigung. Alle März Leute zur Verteidigung. Alle April Leute zur Verteidigung. Alle Mai Leute zur Verteidigung. Okay, er zieht das Tempo an. Wir müssen auch das Tempo anziehen. Auch alle August Leute zur Verteidigung. Los. Haltet es. Er kommt nicht durch. Er kommt actually nicht durch. Er hat keine Chance. Null. Er ist so mad. Er ist wirklich mad. Er ist fucking mad. Er schafft es nicht. Er denkt, er ist der größte Streamer und schafft alles. Und dann wird er aber von dem ganzen Land aus der Kombination von Streamern und den Menschen aus dem Land komplett weggepixelt. Er hat einfach keine Chance. Er hat gar keine Chance. Hahaha. Hahaha. So cool, ich liebe es. Haha. Ahh. Wie mad er ist. Wie fucking mad er ist. Du bist so raus. Du bist so raus. Wir haben das geschafft. Wir haben das fucking gehalten. Wir haben das so böse gehalten gegen ihn. Alle. Ihr alle im Discord. Alle bei Kevin im Stream. Das war so cool. Oh, stimmt, dir geht auch was. Hä? Was ist das? Das ist Display. Das ist Display gerade. Nein, das ist nicht der russische Streamer schon wieder, oder? So ein Hurensohn. Nee, er hilft. Er hilft. Er hilft. Der hat immer alles kaputt gemacht die letzten Tage. Und jetzt hilft er? Kein Hurensohn, Kommando zurück. Junge, wie viele Voice Chats voll sind. Es sind 3333 in der Kommandozentrale. Was kommt jetzt wieder für eine Strat? Diese Zahlen sind so im Singen. Oh, jetzt versucht er das wieder. Kevin will 32 auf das Lurak schreiben. Ja, ja. Ja, ja. Oh, wie schnell. 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 Junge, wie er das überlebt. Junge, dass dieser Kampf auf den fucking Yu-Gi-Oh! Drachen auch ausgeführt wird, ne? Wo sind wir hier? Also, basically, als er in der Mitte angegriffen hat, hat auch der gesamte deutsche Discord alle Communities mitgemacht und jetzt gerade kämpfen alle mit auf, also alle sind auf unserer Seite. Also, es ist ganz, der ganze deutsche Discord, es ist, es ist, äh, Platte und es sind alle große Streamer. Missgif ist bei uns dabei. Der größte russische Streamer ist dabei. Alle, alle Pixeln mit gerade gegen XQC. Und XQC ist gerade an der siebten oder achten Angriffswelle auf diesen Drachen. Und er kriegt's einfach nicht hin. Er kriegt ihn nicht kaputt. So cool wie er sagt. Er hat aufgegeben, er will was anderes angreifen. Ja! Er hat echt aufgegeben! Er hat wirklich aufgegeben! Wir haben gewonnen! Ich glaub das nicht. Let's fucking go, guys! Let's fucking go! Wir haben den größten Schub auf dieser Plattform abgewehrt heute. Und so passierte es, dass ein gigantisches Bündnis auch so ziemlich allen Parteien, die das Event live erfolgen, sich gegen den sich siegessicher gebenden XQC durchsetzte. Und bis zum Schluss nicht zuließ, dass diese auch nur einen Hauch von Zerstörung anrichtete. In der Enthüllung einer großen Gefahr sah man einen universellen Grund zusammenzuarbeiten und das ohne großartig zu kommunizieren oder sich Gedanken zu machen. Ein wundervolles Beispiel dafür, was Arslash Place hervorbringen kann, auch wenn es hier natürlich alles nur ein großes Meme war. Als sich die Parteien versöhnten, griffen die eben noch verfeindeten Streamer übrigens gemeinsam die Türkei-Flagge an, der es kurze Zeit später gar nicht mehr gut ging. Und auch noch ein paar andere Communities, wie die Brownies, mussten unter ihnen leiden. Der größte Lärm war aber erstmal vorbei. Das gab den Deutschen noch einmal kurz Zeit, ein paar neue Ideen auf dem freigewordenen Space zu verewigen. Und so schafften es unter anderem diese schöne Germanisierung japanischer Popkultur und auch die vorher schon angesprochene Krake auf die Flagge. Was einige von euch vielleicht vermissen werden und ich in diesem Kontext euch auch gerne noch zeigen würde, ist die Kanada-Flagge. Denn wenn ihr euch erinnert, war die letztes Jahr ein gigantisches Meme, ganz allein ausgelöst dadurch, dass sie ihr Ahornblatt auf der Flagge nicht einmal verwirklichen konnten. Auch dieses Jahr sah es für die Kanadier anfangs nicht gut aus. Und ihre Flagge ziemlich genau in der Mitte des Canvas litt wieder und wieder, logischerweise auch unter Trolls. Die wollten, dass es dieses Jahr genauso endete. Nun, die Kanadier haben seit letztem Jahr aber anscheinend einiges an IQ-Punkten dazugewonnen, denn sie benutzten diese Flagge als eine Art Ablenkung, eine Decoy-Flagge. Und errichteten eine zweite Flagge, nur wenige Pixel entfernt. Und so schafften es sogar die Kanadier dieses Jahr ihr Ahornblatt fertigzustellen. Und praktischerweise habt ihr in dieser Timelapse gerade auch ein zweites Highlight des Canvas mitbeobachtet. Direkt daneben hat Ozu nämlich eine gesamte Pixel-für-Pixel-Replikation des Musikvideos Bad Apple hinterlassen. Nun, lange sollten die Ideenschmieden der Deutschen und aller anderen Communities aber nicht mehr weiterlaufen können, außer für einen letzten Vorstoß. Denn am Abend des 25. Juli, als viele bereits das Ende erwarteten, änderte sich ein letztes Mal etwas Grundsätzliches. Nur noch weiße und graue Pixel konnten gesetzt werden. Und ich weiß nicht, ob die Reddit-Admins sich gedacht haben, dass vielleicht einige Communities ihre Artworks in fünf Graustufen umwandeln würden, was bestimmt auch cool gewesen wäre, aber was tatsächlich passierte war, irgendwie absehbar. Denn anstatt den Canvas komplett zu zerstören, kamen ein letztes Mal alle Nutzer zusammen und wortwörtlich jede Person, die mitgewirkt hatte, wusste über den einen oder anderen Weg, was der Plan war. Ein gigantisches Faxbass sollte die Leinwand ziehen. Es gab ein paar mehr Ansatzpunkte, doch recht schnell einigte sich, dass diesmal weltweite Hive-Mind auf einen Anfangspunkt. Und so wurden erst Konturen und dann die Buchstaben selbst Stück für Stück gepixelt. Als das Fuck beinahe stand, wurden alle grauen Pixel aus der Auswahl entfernt. Vielleicht als ein Versuch, die Fertigstellung zu verhindern, vielleicht war es sowieso geplant. Nach und nach wurde der Cooldown zum Setzen eines Pixels immer niedriger und am Ende stand es da groß und deutlich Fuck Spass. Mit der Fertigstellung dauerte es nicht mehr lange, bis der Rest der Leinwand mehr und mehr in weiß gehüllt wurde. Und so verteilten sich die weißen Pixel nach und nach über der Leinwand. Nach und nach verschwanden die Geschichten und Erinnerungen, die Menschen auf der ganzen Welt in den letzten sechs Tagen sammelten und erbauten, in dem nichts und gleichzeitig alles Bedeutende im weißen Beut. A Slash Place kam auch dieses Jahr wieder zu einem Ende und ich hätte über meine und unsere Teilnahme nicht glücklicher gewesen sein können. Lief das Event unter Einfluss eines kontroversen Überthemas ab? Ja. Kam das Event zu früh zurück? Vermutlich. Hätte man vieles besser machen können? Bestimmt. Am Ende haben wir aber das Beste draus gemacht und das war es allemal wert. Danke an die Deutsche Community für die Tage, danke an den Discord, danke an all meine Zuschauer, die an diesen sechs Tagen auch mich supportet haben wie noch nie und danke an euch, dass ihr euch dieses Video angeguckt habt. Und vielleicht bis zum nächsten Internetphänomen. Ja, A Slash Place 2023 war ein ziemlich cooles Event, war es das erste Mal, dass ich da wirklich mitgeholfen hab und ein bisschen was mitgepixelt hab. Kam jetzt so leider dem Video nicht vor, ähm, vielleicht bei Jules, mal schauen. Ähm, ja. Ich will trotzdem sagen, schaut unbedingt bei Mango vorbei, schaut unbedingt das originale Video, lasst ein Like und ein Abo, wenn es euch gefallen hat und haut rein. Ciao. .